so weiter geht's mit der runde anno ich weiß nicht mehr warum wir hier mit dem schiff standen doch ich weiß es wieder wir haben geguckt ob wir die damen mit den zigarren hier finden muss ja so ein bisschen reinkommen sind wir ein paar tage vergangen von diesmal zu heute aber das kriegen wir gemeinsam hin so hier habe ich doch glaube ich die route gestartet ja man müsste man müsste hier so ein notizbuch haben wo man einträgt was man das jetzt noch gemacht hat wenn man weiter spielen kann ich glaube das gab es bei was 14 04 da gab es so ein buch glaube ich so eine vogtai das war da oder war das noch eins vorher meine da konnte man sich so notizen machen wo man stehen geblieben war was man machen müssen musste oder wollte oder keine ahnung was so wir haben schiff wird hier noch nicht da sein wir wollen ja hier wenn man hier schon die kirschen und der zucker kommt gleich ich würde nämlich gern die konfitüre machen ja dann könnte ich zweimal konfitüre in im strom machen tatsächlich kriegen wir irgendwie hier zwei ran wahrscheinlich nicht mehr weil ich finde gerade so die dinger passen nicht so geil in die innenstadt muss ich sagen ja ich glaube ein bisschen hin und her drehen hier kriegen wir doch zwei naja vielleicht sollten wir noch einen markthaus hinbauen so ja jetzt fehlt natürlich erstmal noch ein moment der zucker und dann kann das aber losgehen und dann werden natürlich erst mal die touristen versorgt sind sie dann noch mal hier das ist okay und dann gucken wir wie viel wir produzieren und dann eben das hier für die lebensqualität freizugeben zucker genau wenn die zucker hätten ja okay können wir mal gucken wir noch einmal mehr zucker her holen für die die bauern weil wie gesagt ich habe schon bock auf dieser insel zumindest oder auf den haupt inseln der jeweiligen welt vielleicht die die ganzen lebensqualitäten mal zu machen weil ich das eigentlich ganz cool finde also ich finde die idee von den sachen ganz geil die wollen auch mescal oha melonen und lederstiefel ist nicht so schwierig monografen später auch nicht so müssten wir ausbauen warte mal es gibt so viel zu tun muss denn hier mein schiff hier müssen wir irgendwas hinbringen eigentlich sieht alles noch ganz okay aus haben wir hier noch irgendwie so tiere oder so was ist er ob rera und artista häuser das auch nicht wir haben gar keine mehr nachher gut eine möwe aber die bringt keinen bonus für irgendein set haben wir zufällig hier zucker oder so was wir mitnehmen könnten einfach vielleicht geht das schneller das kann ich auch überhaupt was haben hier in zucker haben wir nicht jetzt lass uns mal hier ein bisschen von diesen edleren rohstoffen mitnehmen hoch nee das nicht nicht dass wir sie jetzt zwangsweise gerade brauchen ja warte mal dann holen wir mal warte 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 wir holen mal das schiff hier und du fährst mal in die alte welt zu dem er zu ihr wo wir mal ein paar tiere kaufen können auch für den zoo obwohl warte mal wir können ja wir haben ja hier jetzt viele von diesem aus mb sah geholt von den tieren man könnte ja so einen halt so machen wo halt wirklich dann nur solche tiere drin sind dann von gewissen ja kollektion hätte ich jetzt beinahe gesagt schauen wir mal so was wir okay passt auf lasst uns noch mal ein zucker zucker dinge dazu bauen mein zucker ist ja nun mal jetzt echt easy gemacht hier 50 arbeitskraft so vielleicht mal eben ein markthaus ran so okay und jetzt wollten wir brach brauchten wir eine warte mal hier finde stimmt wir wollten ja auch mescal machen für die es ist denn überhaupt mescal ist das so ein cocktail oder ich habe keine ahnung ich vermute ja fast dafür brauchen wir ich brauche fenster und stahl holy shit damit wusste eigentlich mein flackschiff oh das ist eine arktis stimmt in die arktis habe ich glaube ich ein schiff geschickt mit material oh stimmt das habe ich schon wieder vergessen dass so die zitrusfrüchte angebaut werden hier ja voll up to date so ja wir können den erstmal da einbauen dann brauchen wir noch mal zucker ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt klippe abkommen da geht noch eins so jetzt brauchen wir hier nur das material für wir brauchen ja stahl und fenster scheiß das habe ich nicht mehr auf dem schirm dass wir das brauchen damit alles bereit hast du jetzt neue items ja alle baumschulen die ist ganz gut konfitüre für diese nicht mit dem anstelle von zucker verarbeitet das gebäude kaffeebohnen irgendwie gibt es hier nicht aktuell okay fahren wir mal eben hier hin wollte hier die die noch holen mit denen mit den zigarren die es erlaubt dass die zigarren durch mit brettern hergestellt werden anstatt mit holzfurnier weil das hat einfach auch sehr sehr viel arbeitskraft spart so jetzt bist du hierher gefahren bereit für den einsatz ja scheiße jetzt stehen die hier rum mit material ja ja der sollte hier stehen den habe ich hier inseln besiedeln kann man das war ein großer das ist ohne inseln stimmt die sind ja nur so ganz klein hier immer ne wo man danke wo man die robbenfälle machen kann und so ich wollte hier so zwei drei inseln eben besiedeln ich kann noch gar nicht noch gar keinen bock da gerade irgendwie muss das zu machen ist noch so viel auf dem zettel einfach sonst gefühlt okay zucker war aber da die haben was gemacht 118 was wir machen können wir können wir diese ganzen produktivitäten eigentlich angucken was ist denn hier los ob das alles noch so gut ist sei für drei weiß ich gar nicht um 10 kaffee 3 und für türe passt aktuell also es ist aber nur mit den touristen ist das schon trotzdem echt viel okay wie viel seife machen wir wo sind wir denn wo ist denn die seife die seife die seife die seife vier okay das passt und wie viel rum machen wir warum ist immer so ein scheiß ding wenn das irgendwann mal aber 12 das sollte auch passen wenn wir genug plätze auf den schiffen benutzen so mein klipper ist noch nicht wieder da wieso kannst du keinen hafen bauen doch jetzt so jetzt mal eben alles wieder mitnehmen jetzt hatte der jenach und schrott oder sonne ja das finden wir schon ich hole auch nicht nach hier oben recht bruder übernehmen so 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 was hast du hier hallo es ist noch nicht so viel bei ok du stinkst spaß so warte was können wir bei ihm hier noch wow man überall sind meine schiffe zurückgekehrt was sollen das wilde sehen stolz der sawanne da gehört doch bestimmt auch der löwe zu anbissanisch hochland ja kommen keine ahnung das können wir auch teewürzerei ok hier den ja kommen wir nehmen mit die schnecke die östliche riesen schnecke die haben aber kein set wo die große wüste den holen wir uns auch noch miombo wälder kommen nämlich noch den so und dann fahren wir einmal schön shopping mit tiere shopping tour gemacht war kollege gesagt du sollst dahin fahren so ok schiff ist noch unterwegs schiff ist da wie viel ich habe ja auch kein stahl männer es ist irgendwie nicht so cool steuermann ok pass auf dann fährst du jetzt wieder zurück wie man hier voll die schiffstouren heute heute ist schiffstour angesagt ähm ja und für türe wird weiter singen erst mal wieder auf null weil ist der nächste das nächste mal zucker da ist dauert das halt vielleicht könnten wir hier mal eben so machen wir können ja auch schon mal den mescal darauf packen gucken wir mal das haben wir ja gleich irgendwann dann fertig gebaut so dem mescal brauchen wir für die lebensqualität hier und schokolade wir können schokolade mal freigeben ich glaube wir haben bestimmt schon ein bisschen was ja guck mal 18 münzen eiscreme kann ich noch nicht shampoo kann ich noch nicht und medizin kann ich noch lange nicht ich würde mich auch irgendwann noch mal gerne um diese so regionale post und so kümmern gucken wie das so ist dann ja wir haben auch schon ein paar investoren müssen wir weinen machen schokolade können wir dann irgendwann machen wenn die da ist zigarren müssen wir als nächstes haben und ja dafür würde ich natürlich gerne diese dame haben die uns da das holzfurnier erspart so jetzt würde ich hier unten wahrscheinlich die hier nochmal eben geholt ich weiß nicht ob ich sie brauche aber sicher ist sicher und dann hat die andere hier noch so zwei kleine inseln die in pc die frage ist warte mal wollen die hier den mescal irgendwann haben das heißt ich brauche jetzt halt den den mescal für die hier und für die touristen als lebensqualität ja alter die geben ja richtig viel geld 106 eiscreme alle wollen sie eiscreme haben später was fehlt mir noch an lebensqualität bei denen hier ach ja die fußbälle sind wir den handwerkern auch noch chili sauce ist halt ein bisschen nervig hier fehlt mir ja nur konfitüre und zucker wo sind denn handwerker häuser na hier was haben die noch ja fußbälle okay und die beiden sachen kann ich noch gar nicht okay verstehe ja wenn wir dann die konfitüre und den mescal haben können wir noch fußbälle machen und dann haben wir ein eigentlich erstmal alles so an lebensqualität was wir aktuell machen können dann bis zum nächsten Mal